Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Kartuschenfilter hier ganz einfach gegen Filterbälle austauschen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Eine Filterkartusche kann man meist ein bis zwei Mal reinigen und dann muss man sich einfach ein Neues zulegen, was so in die Zeit doch relativ teuer ist und vor allem auch viel Müll produziert. Der Vorteil von solchen Filterbällen ist einfach der, dass auf die Menge gesehen das Ganze deutlich günstiger ist und vor allem, die kann man auch ganz einfach in der Waschmaschine reinigen. Doch dafür habe ich auch schon ein extra Video auf meinem Kanal mal gemacht. Zuerst mal müssen wir unsere Filterkartusche entfernen und hierfür sollten wir auf jeden Fall die Pumpe vom Strom nehmen. Danach die Pumpe auf eine Erhöhung, wie zum Beispiel einen Stuhl oder einen Hocker stellen, dass diese einfach über der Wasseroberfläche liegt, denn wenn wir das Ganze jetzt anwechseln würden, wenn die Pumpe am Boden steht, dann würde mir das Wasser aus dem Pool langsam auslaufen. Nun die Pumpe mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand kann ich die dunkelgraue Verschraubung hier oben auch schon gegen den Uhrzeigersinn einmal lösen und entnehmen. Und wenn sich der Deckel jetzt bei dir nicht einfach abnehmen lässt, dann die Entlüftungsschraube mal noch etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen, denn dadurch wird jetzt auch der Unterdruck in der Pumpe aufgelöst und normalerweise sollte es dann doch nach kurzem Moment zum Lösen sein. Unseren Filter können wir schon ganz einfach nach oben einmal rausziehen, doch jetzt bitte nicht den Fehler machen, dass wir die Filterbälle einfach so in unsere Filterpumpe reinschmeißen, da diese dann relativ sicher irgendwie in unseren Schlauch reingesaugt werden und das Ganze auf jeden Fall verstopfen werden. Die perfekte Lösung für dieses Problem gibt es glaube ich einfach nicht, jedoch kann man zum Beispiel einen Plastikblumentopf einmal hier hineingeben, der unten kleine Löcher hat und dann anschließend einfach mal die Filterbälle reingeben oder wie in meinem Fall habe ich einfach mal so ein Kartoffelnetz aus der Küche geklaut, was doch relativ grobmaschig ist. Das ist einfach wichtig, dass natürlich der Dreck auch durch diese Maschen durch kann und dann gebe ich dieses Netz einfach mal in meine Filterpumpe hinein und fülle es jetzt wirklich relativ locker mit meinen Filterbällen auf. Würde ich das Ganze jetzt nämlich doch relativ stark reinstopfen, dann würde die Filterfunktion auf jeden Fall verloren gehen. Bei mir sind es jetzt genau zehn Bälle gewesen, danach das Netz hier oben einfach einmal wieder etwas zumachen und dass es sich nicht öffnet, dafür nehme ich einfach mal solche ganz normalen Verschlussclips aus der Küche hier, die ich jetzt hier oben drüber gebe. Wenn das passt, unbedingt darauf achten, dass unsere Gummidichtung auch in der Einkerbung drinnen sitzt. Danach den Deckel ganz einfach von oben wieder drauf geben und mit der Verschraubung einmal das Ganze von oben gerade im Uhrzeigersinn festschrauben. Normalerweise reicht hier handfest auch vollkommen aus. Das Entlüftungsventil lasse ich noch offen, denn wenn ich jetzt meine Pumpe einfach mal wieder auf den Boden runtersetze, dann entlüftet sich diese auch schon automatisch. Sobald am Wasser aus meinem Entlüftungsventil kommt, drehe ich das einfach mal wieder im Uhrzeigersinn zu. Das sollte auch schon reichen. Die Pumpe ist somit dann auch schon entlüftet und das überschüssige Wasser kann ich ganz einfach mit einem Tuch entfernen. Um die Luft aus meinem Schlauch noch rauszubekommen, hebe ich diesen einfach mal etwas an, dass die Luft natürlich auch nach oben hin aufsteigt und das Ganze mache ich jetzt einfach so lange zu meinem Pool weiter, bis die Luft dann auch wirklich bei dem Poolanschluss oben rauskommt. Man kann übrigens auch den Schlauch ganz einfach noch etwas hin und her schütteln, dann funktioniert es noch einmal besser. Auf der anderen Seite dasselbe Spiel natürlich auch nochmal. Bei mir sollte das jetzt auch auf jeden Fall ausreichen und wir können unsere Pumpe auch schon wieder am Strom anschließen. Wie du sehen kannst, funktioniert meine Pumpe einwandfrei und falls es bei dir daheim Schwierigkeiten geben sollte, dann würde ich auf jeden Fall mal noch ein paar Filterbälle aus dieser rausnehmen. Das kann auf jeden Fall ein Grund sein und ich mache es jetzt übrigens so, dass ich so circa ein bis zwei Mal in der Woche in meine Pumpe hineinschaue und wenn die Filterbälle dann doch sehr dreckig sind, nehme ich sie raus, lege sie mal schön verteilt auf den Boden beziehungsweise auch in einen offenen Korb, dass sie trocknen können und befülle die Pumpe gleich wieder mit neuen Filterbällen, dass diese natürlich auch immer weiter laufen kann. Wenn ich am Ende dann aber keine Filterbälle mehr übrig habe und nur noch solche dreckigen, dann wasche ich diese wie gesagt in meiner Waschmaschine und somit haben wir dann auch schon die Filterkartusche ganz einfach gegen solche Filterbälle ersetzt. Wenn du die für zu Hause jetzt übrigens eine neue Filterpumpe mit mehr Leistung, Filterbälle oder auch solche Verschlussklemmen hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.